Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Adventure Together Minecraft Cubing. Eurem aftenstarken Minecraft-LPT mit dem Zombiezock und mit mir, dem Hiyuga. Ja, die Hannibal, die ist heute aus unerklärlichen Gründen nicht mit dabei. Ja, ich hab keine Ahnung, die ist irgendwie weg auf einmal. Ja. Hallo? Hallo? Hörst du das? Ja, da ist doch irgendwas. Hilfe. Ich höre so ein leises Summen. Wie von der Erde, ich glaube. Wie kommt die aber auf die Erde hin? Ich lag von der Erde weg. Oh mein Gott! Hannibal! Thanks, good, thanks, good, thanks, good. Wie bist du da nur reingekommen? Wollte ich ja auch nicht. Moment. Mysteriöse Dinge. Das waren bestimmt die Illuminaten. Und ich hab Kohle übersehen. Ja. Ja, gut. Wir sind jetzt hier da, wo wir eigentlich gar nicht sein sollten. Und langsam wird dieser Computer, der nur Schilder schreiben kann, böse auf uns. Unreadable. Stellt euch vor, wir wären Analphabet. Was? Hm. Äh. Äh. Ähm. Hm. Du siehst nicht zu gut. Die Gas müssen jetzt in die Kacke kippen. Und jetzt in die Kacke kippen. Okay. Gas. WTF? Wo bin ich? Warte, warte, warte. Help! Help! Warte, warte, warte. Nicht lenken, Yoga. Nicht lenken. Wo bist du? Ähm. Ja, soll ich jetzt hier auch draufdrücken? Ja, draufdrücken und gerade runterfallen. Okay. Waaaaaah! Wuuuuh! Hallo. 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 Well, the look on your face is like you just feel, ähm, a hundred feet. Ich wollte schon sagen, it's a thousand feet, because it feels like a thousand feet. Also, please go back, because the side effect of that gas is hallucinating. Waaight, are you right now? Chapter 5, the trip. Waaah! Der Drogentrip. Was ist da hinten in der Schatztruhe? Gibt's da was zu helfen? Äh, ich kotze aus hier oben. Oh, ja. What are you doing? Zombie kotzt auf mich. Lecker. Fuck yeah. Ja, no more breaking blocks, smile. Never ever. Ja, wahrscheinlich sollen wir ab jetzt wirklich keine Blöcke mehr zerstören. Ja, okay. No more breaking blocks. Smile, please. Um, are you even paying attention? Ähm, ja. Ja, ich mach dir die Tür auf. Ja, die Tür ist offen. Ich kann durch. Oh, es sind überall noch Schilder. You are starting to scare me. Are you okay? You're just sitting next to the door, but you keep moving. Your legs like you're walking. What are you seeing? Ähm, ich habe Halluzinationen. Oh mein Gott. Ein riesengroßes Meer. In tiefer Dunkelheit. Mit Bäumen. Boah, ist das cool. Gleich kommt ein riesengroßes Evil-Chicken. Follow the light. Ja, wo ist das Licht? Ähm, warte. Soundrore gibt es übrigens. Ah, hier. Hier ist Licht. Ah. Wir gehen durch den tiefen Düsterwald. Das ist geil. I can see the light. Ähm, ich muss ganz kurz mal ein bisschen was dran rumtunen. An den Video-Settings. Äh, Render Distance ist... Far, normal, tiny. Was soll ich mal am besten machen? Als Render Distance? Far. Ich habe gerade Short, aber das würde ich dir nicht empfehlen. Ja, es geht nur darum, weil meine FPS hier gerade ziemlich zusammensackt irgendwie. Ähm. Oh mein Gott, das ist so zombie. Du kannst die Grafik... Äh, du kannst bei Optionen Video-Settings Graphic auf Fast umstellen. Nee, nimm normal. Nimm einfach Render Distanz normal. Das hilft schon extrem. Okay, also Render Distanz normal. Und... Ich mache mal Graphics auf Fast. Gucken, ja, okay, jetzt wird es besser hier unten. Ja, die Bäume sehen halt dann nicht mehr so schön aus. Genau. Naja, das... Na gut, dann machen wir doch wieder auf Fancy so. Okay. So. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ihr seht, die FPS kackt hier ziemlich rum. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist halt Minecraft. Ja, wir versuchen hier einfach schnell aus diesem Gebiet wieder rauszukommen. Okay, okay, okay. Ich hab den Hammer. You got a hammer. Du kannst ja mal F3 drücken und dann siehst du auch was für ne... Wie schlimm es ist. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich drück den direkt wieder weg. Das kann ja kein Mensch ertragen hier. Wir können uns im Haus angucken. Ist es nicht schön hier? Oh, schön Cubing. Oh mein Gott, hier ein Handy. Dirt, oh, ganz viel Dirt und Cobblestones. Muss Menschheit vernichten. Guck, Fisch, die nehm ich mal mit, weil ich hab nischt mehr zu essen. Nur noch einmal Cook Pork Chop. Was haben wir hier noch? Zombie möchte die Menschheit vernichten. Muss Menschheit vernichten. Muss Menschheit vernichten. Muss Hiyuga vernichten. Oh nein, oh nein, oh nein. Bäm, 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 bäm. Sprung, bäm. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm. Möchtest du auch eins mal kurz draufsetzen? Nein. Einfach damit die Leute sehen, wie es sich sieht. Okay. Ja, dann muss ich das Ding mal so... Erstmal den Helm weg und dann aufsetzen. Pumpkin, so. Böö. Düt, düt. Ich bin der Terminator. Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. Ich will meinen lustigen Baumeisterhelm hier auf und nehme das Ding auch mit. Und jetzt geht's auch weiter, würde ich mal sagen. Hier, es gibt hier noch, ist hier die Telefonzelle drin? Nein, hier ist ein Schild. To Lower Base. Da gehen wir später hin. Ich schaue gleich rein, sobald wir die Schilder hier oben gelesen haben. Genau. Komm. Komm nach oben. Komm nach oben. Ja, ich reiche. Boah, Schlafzimmer. Hoi, Schlafzimmer. Ja, schlafen. Huuu. Huuu. Ja, super. Monster, Monster, überall Monster, überall Monster. Ja, hammer raus und Action geht los. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Schön war's. Schön war's. Oh, Wooden Sword. Und die Türen. Türen, also ne Türen nehm ich auch mit, so wie das Glas und... Oh, my goodness. Ich glaub, man will uns warnen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Eins dieser Schilder hat es mir gesagt. Er kennt dich. Wir können ihn nicht stoppen. Er wird verwendet. Er leistet. Nicht trust ihn. Du hast einmal gekommen. Leif, you did this, he did this to you. Trust me, escape while you still can. He is getting closer. You may have one chance. This is a fault. You will regret it. We can't help. Escape from him. Oh, my God. Äh, vor wem eigentlich? Diese Computerstimme, die immer eine weibliche Stimme hat. Also, das ist ein transsexueller Computer. Ein wie sexueller Computer. Nein, erinnert ihr euch noch an das Let's Show von Gronkh? Nein. Da sind wir, da gibt's die Kapelle und dort, dort gibt es, dort gibt es eher. Ja. Den, 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 den. Ich hab den Hammer. He got the hammer. I hate it, he hate it in the morning. Ich hab mit dir an einem dem Bett gelegen. Ja, jetzt haben wir also erfahren, dass uns dieser Computer die ganze Zeit belogen hat. Und jetzt hauen wir ganz schnell ab und schauen, dass wir hier Land gewinnen. Ja, ich hab, glaube ich, noch ein paar Fackeln. Ich hab immer noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Dessen wir hier noch irgendwie sinnlos herumstehen, mach ich hier mal wieder Schluss, Leute. Für diese Ausgabe war's das. Ja, und freut euch wieder, wenn es wieder heißt, let's adventure together, Minecraft Cubing, euer Affenstaffel. Ja. Ja, ähm, tschüss. Ja, ähm, tschüss. Ja, ähm, tschüss. Ja, ähm, tschüss. Vielen Dank.